So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf und diesmal haben wir was ganz tolles und zwar habe ich Besuch gekriegt aus Nürnberg von der Rollerscheune und die Jungs haben sich was einfallen lassen, das ist so geil, aber das kann er jetzt selber mal erzählen, wenn er hier schon zu Besuch ist, spricht auch ohne Dialekt und so eine ganz tolle Sache, also. Ja erstmal vielen Dank an dich Rolf, dass du uns so herzlich hier aufgenommen hast, auch vom Team und so weiter, wir haben einen Anlass zu feiern, nächstes Monat ist unser einjähriges Firmenjubiläum und wir haben uns überlegt euch diesen Roller zu schenken, alles was ihr dafür machen müsst ist uns auf YouTube, Instagram oder Facebook zu folgen, einen Freund darunter unter dem Video zu markieren und schauen seid ihr am Gewinnspiel dabei und mal schauen, vielleicht habt ihr ja Glück dieses tolle Ding zu gewinnen. So Leute und weil ich natürlich Roller Rolf bin und das meine Freunde, werde ich natürlich jetzt erstmal eine Runde fahren, ich muss das Ding erstmal testen, wie geil das ist. Hört sich doch an wie ein Roller für Große. So jetzt kommen wir drauf an. So jetzt hallo dann und so schnell um ihn, Oh, ich sehe das. So jetzt bin ich jetzt noch ein bisschen Bistur. So jetzt bin ich hier vorne. So jetzt kommt es mir, mit mir geht's das schön. So jetzt geht's mir jetzt noch mal. So�diener, ich würde mir, so mir geht es wieder hin. Okay so kommt es mir gar nicht. Ich muss den schnell ausmachen, sonst wird nicht den H&D, ist ja so geil.